Okay, wir hobeln weiter und gucken uns Alex Yous Sweet an. Ich hoffe, er hat Material... Nee, hat er nicht. Er hat zigtausend Euro Mods. Eine große Mimic! Wo? Ah, da. Warum hat denn Alex in seinen... Oh, das Verwachen des Dunkelsteins? Das hatte ich noch nicht, oder? Die drei Sonnen von Belkaela verschmolzen in den Todeskampf am Himmel zu einer, während die Dunkelsteine an Malie sie im beruhigenden Tempo verschlangen. Trevor hat es geschafft, die die Anamalie umkreisend höchliche Trümmer zu durchqueren und eine Bruchlandung mit den königlichen Raubkreuzern von Kaiserin Tomalin am Fuß des Mul hingelegt, der synthetische Geopyramiden, auf die sie nun hinaufstiegen. Keuchend standen sie neben einem Sündsteinaltar, dessen Behälter blutrot posierte. Eine kleine Sache habe ich noch nicht erwähnt, Trevor, sagte die Kaiserin zwischen angestrengten Armen zu Atemzügen. Wenn wir das Prisma in den Altar stecken, verschlingt es nicht nur die Anomalie, sondern auch uns, antwortete Trevor zwingend mit einem düstren Lächeln. Sie wussten das schon die ganze Zeit? Trevor legte seine Finger um ihre. Beide hielten nur das Sterbäuger Prisma. Dafür wurde ich geboren, antwortete er und schlug das Prisma in den Altar. Okay, fragt man hier eine große Mikro-Mikro-Transstar-Anerkennungsprogramm. Das hat man schon mal gelesen. 1,200 Mots. Hatte man ein Laufband aus seinem Zimmer, ne? Nur gebracht hat sie wahrscheinlich. Oh, Pistolenkrit. Warte mal, Pistolenkrit. Warte, 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 macht er bitte schön plus Pistolenkrit. Wird schon verstanden, wenn du mir da Pistole schießt. Oh, warte mal, das möchte ich haben. Ich muss dafür bloß vorher mehr Slots leveln. Das ist aber gar kein Problem. Das können wir easy machen. Äh, nee, nicht Datenbußen. Das ist jetzt hier. Das ist so ein Psychoskop-Aussetzung. Dann können wir gleich noch das Nude entschuldigen, würde ich sagen. Tja, nee. Verringert die Kosten von Tepartikräften? Ja, das ist so ein Mittel, ne? Wenn du einen Typhon tötest, verschenkt durch Thermalbomben, Temposcan. Verringert die Szenen, wenn wir jetzt gerne abschütteln. Wie haben wir den Verrung noch mal gesehen? So. Cool, ich habe eine Finishing-Animation. Hä. Aber warum sind hier so viele gepackte Kisten? Hatte der gute Mann etwa vorzugehen? Ich habe wohl nichts Maßnahmen schon gelesen. Waschbecken. Das hat bei dem anderen Schrank vorhin gefehlt, wo der Grafik wieder war. Noch ein Null-Wend-Transmitter, den ich nicht mitnehmen kann. Äh. Ich habe keinen Platz. Brauche ich eigentlich schon wieder Schaden genommen? Von was denn eigentlich? Äh. Kann ich irgendwas essen, um einen Slot freizukriegen? Ich habe noch Taifunköder. Ach, die stackt auch nicht. Mein Inventar ist einfach nur... Ach so, ich könnte ja auch dieses Anzugsroperatur-Kids benutzen. Dann habe ich wieder Platz. Äh. Noch mal so ein bisschen. Dieses Bild der Jus haben wir wirklich sehr oft. Gut, so ein komisches Computer. Hier kriegen wir wahrscheinlich schneller gehackt, was er gucken kann. Arbeitsterminal. Scheiße, die großen Geheimnisse sind wahrscheinlich eher nicht drauf, oder? Vier Mails. In Sachen Mika hier war. Warte mal, Mika hier? Der Name fiel doch gerade schon mal. Chief Illichon hat zugegeben, dass der Besuch eines medizinischen Angelegenheit betraf. Und sie gebeten, dies nichts missverstehen. Auf ihre Anleitung habe ich sie noch einmal daran erinnert, dass sie sich an die Personalabteilung wenden muss, falls er eine Erinnerung gebe bzw. zu M. Morgan Yu gebe. Ich brachte die Sache als abgeschlossen und würde es vorziehen, wenn derartige Anfrage zu unterbleiben. Okay, gut. Also das war ja, das war die, mit der man eine kurze Beziehung hatte. Ich glaube, die ist schon tot, oder? Überwachungsaufnahme. Ich kann kein Bildmaterial darüber finden, wie Chief Illichon Morgans Quartiere verlässt. Entweder ist es nicht vorhanden oder es wurde gelöscht. Bei der Befragung sagt er morgen, das wäre eine technische Sache, die nicht in die Personalabteilung gehört. Wenn sie mehr erfahren möchten, schlage ich vor, direkt mit Morgans zu reden. Ich werde mich mit Chief Illichon in Verbindung setzen wie angeordnet. Oh. Der hat aber ganz schön nachspioniert. Kein Betreff von Emma Betty? Alex, Sie haben es zu meiner Aufgabe ernannt. Alle Brunner-Stationen bei guter Gesundheit der Zeit. Wenn ich mich irre, Sir, auch Sie. Okay, das haben wir schon gelesen. Ärger mit Illichon. Okay. Hallo Alex, Ihre Cheftechnikerin hat gerade ein Helferlein zu uns heruntergeschickt, das verbesserte Türensensoren installieren soll. Wir haben diese Sonne an uns genommen und die Technikerin weggeschickt. Hat denn halt eins der Dinger zerlegt und hat es darin gefunden? Ein Abhörgerät. Was soll das? Vor kurzem hat sich versucht, an den Akten aus Neuro-Mods ranzukommen. Volontärakten, Alex. Ich kann in ernster Lage nicht genug betonen. Sie müssen Illichon in den Griff bekommen. Oh, war das die, die auch was organisieren wollte? So, was suchen wir hier eigentlich? Wir wollten eigentlich Neuro-Mods finden, ne? Äh, den Ersatzschlüssel, der hier irgendwo angeblich liegen soll. Na gut, wir haben, glaube ich, noch nicht alles durchsucht hier. Wahrscheinlich liegt das oben auf dem Schrank. Wie letztes Mal auch schon. Äh. Mein letztes Mal lag zu oben auf dem Schrank, was ich gesucht habe. Laufband? Okay, das Laufband ist es nicht. Hm. In der Dusche auch nicht. Was ist das hier eigentlich? Hm. Hm. Wir suchen den Ersatzschlüssel, ne? Oh, das wird wahrscheinlich ja nicht sein. Hm. Ich hätte ja bei jemandem wie ihm erwartet, dass wir im Kühlschrank was finden, aber das ist ja offensichtlich nicht. So, die Quest dazu war die mit den Schlüssel finden, ne? Suchen Alex immer nach dem Fluchtkapselschlüssel, Besatzungsquartiere. Tja, aber wo könnte der sein? Oh. Mehr Zeug. Das ich mitnehmen kann, weil ich keinen Platz mehr habe. Das ist sehr bitter für mich, das ganze gute Essen nicht mitschleppen zu können. Ich glaube, ob er noch alles heilen könnte. Hm, will er mal? Was ist denn an der Kiste? Können die wir denn an dem Schreibtisch, oder? Tja. Hm. Axiom. Get ahead in the future. Das liegt doch nicht auf seinen Rechner. Also gut. Und das hier vorne? Ne. Und das Bett auch nicht. Schuhe? Nein. Was ist denn irgendein? Was sind seine Fenster? Das ist doch fake. Nein. Seine Fenster sind eigentlich nicht fake. Der Spiegel? Nein. Okay, ich habe keine Ahnung, ob die Dinger sein sollen. Ganz schön hohe Deckenhöhe, ne? Also das ist ja auch ein gewisser Luxus, aber gerade so ein enges Raumschiff. Wer baut denn da so hoch? Hm. Also hier sind die Schlüssel offensichtlich nicht, ne? So, da haben wir die Nullwellentransmitter noch mitgenommen. Sarah Elisa, Sicherheitschefin. Keine Freundin. Hika Illa Ilyushin, leitende Systemingenieurin. Ihr redet nicht miteinander. Ja? Da haben wir eine Kur... Da haben wir uns schon durch eine Leiche von ihr gefunden, ne? Tja, aber ein LX-Büro... Das Ding hat einfach nicht... Oder das geht jetzt einfach nicht, weil ich die Dezember-Quest nicht getan habe. Okay, hier gibt es anscheinend nicht ganz so viele Fake-Dinger. Weil ich bei Dezember ja doch irgendwie... Oder vielleicht noch ein Kopfkissen. Wir halten uns Möglichkeiten offen, nicht wahr? So, das... Das wäre anscheinend die Quest mit der Fluchtkapsel. So, da bin ich ja mal gespannt, ob das, äh... Ob das Konsequenzen hat, von Natalus I zu fliehen. Vielleicht kommt jetzt gleich wieder so ein Riesenmonster an. So, dann müssen wir jetzt... Aber gut, wir müssen jetzt sowieso erstmal ins Aboretum und da zur Zerlegeautomaten, ne? So, die ganzen Leute hier werden wahrscheinlich bewusstlos bleiben. Und an sich ist jetzt ja alles hier geklärt. Das ist ja jetzt relativ sicher. Bis auf diesen einen Raum, der... Nicht ganz so sicher ist. So, ich bin übrigens gespannt, ob ich damit schon das Spiel beenden kann oder ob das... Ob es das jetzt war. Ob da noch was passiert, wenn ich das versuche. Äh, warte mal, war das Zeug hier schon immer da? Technikoperator korrumpiert habe ich schon durches Kind. Äh, schon durches Kind. Neue Überwachungsüberbrückung erhalten. Vielen Dank. Hallo. Das ist doch so. Das ist doch kaputt. Neue... Das ist wie den Tor. Ich habe ihn nicht gesehen. Ein bisschen invasionsbrechend, dass diese Technikoperator gerade nicht kaputt gehen davon, ne? Ich fack das noch mal nach. Das ist immer wieder aufs Neue doof, dass du nix machen kannst, während du nachlädst, ne? Naja. Wie viele nehmen denn hier noch? Ich habe mich mal schon angenommen davon, ne? So, gibt es jetzt hier einen neuen Albtraum? Habe ich ja nicht für den... Ach, das ist doch jetzt schon. Da habe ich doch jetzt... Ne, habe ich immer noch nicht gehört. Die Tatsache, dass jetzt hier so... Dass jetzt hier so Bomben dranhängen... Fuck. Das ist fast ein bisschen schade, weil ich den Albtraum nicht erschossen habe, ne? Weil ich den Albtraum nicht aufs Ende gescannt habe. Weil jetzt, wo ich irgendwie die höhere Crit-Chance habe, wie sich auch die Albträume an... Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Schnell abgeschlossen. Weil so viel... Ja, die gehen noch gut kaputt. Das ist ja noch so'n scheiß Galvanic-Phantom. Boah. Okay, lange geht mir die Energie aus. Und was denn? Ich habe einfach keine mehr. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Hm? Hm? Oh. Ups. Hallo, Chef. Na gut, jetzt habe ich nochmal Gelegenheit, den Albtraum zu scannen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Das ist mir ja beim letzten Mal der eigentlich gelungen. Was muss ich die Idiot nochmal umschließen? Dann lade ich aber vorher mal die Elektro-Pistole hier nach. Ist das ja nicht mein Technik-Operator von vorher? Das habe ich Schaden genommen. Stimmt, ich könnte die doch hacken, ne? Au. Wieder lebt noch? Warum lebst du noch? Aua. So, Quick-Safe. So, warte mal, Besatzung. Wir haben Julian Howard noch nicht gefunden. Oder ansonsten? Emanuel de Silva ist im Shuttle-Dock noch die Internistin. Kraftwerk. Im Kraftwerk gibt es auch noch Leute, also oder auch nicht. So, warte mal, jetzt müssen wir hier erstmal... Das ist ein Keramik-Phantom. Cool, aber... Das ist ja cool. Ja, die kamen jetzt gerade ein bisschen unzeitlich hintereinander weg. Wo kam denn jetzt dieses Drecks-Galvanik-Phantom noch her? Das war jetzt gerade sehr unpraktisch. Hallo, schön, Sie wiederzusehen, Dr. Hugh. Weil das ist ja sowas, was überhaupt nicht in meinem Interesse ist, dass ich irgendwelche Galvanik-Phantome rumrenne. Aber das ist ja halt drauf. Nee, das ist nur eine Mimik. Das ist auch nur eine Mimik. Warum tarnt sich die Mimik-Ende jetzt Dings? Oh, hallo, Albtraum. Cool. What? Wo bin ich denn jetzt tot? Ich verstehe das nicht, dass diese Gegner irgendwie jedes Mal irgendwie anders spawnen. Weil beim ersten Mal habe ich den Albtraum erschossen, bevor er überhaupt irgendwas machen könnte. Und jetzt ist das jedes Mal ein Problem, wenn dieses behinderte, komische Galvanik-Phantom da rumhängen muss. Ich verstehe nicht so richtig, was das für ein wer will, dieses Galvanik-Phantom. Okay, die Mimik ist jetzt ein One-Shot-Tot. Ich würde gerne das... So, okay, der Albtraum ist schon mal tot. Das war überraschend einfach, sag ich mal. Bitte, da brauche ich nicht nur noch zwei Magazinen, dass ich da ein größerer Magazin habe. Jute, alter Albtraum. So, jetzt. Oh, beide Galvanik-Phantom haben mich gesehen. Das ist jetzt eher unpraktisch. Da war ich ja sowas von bis hier um die Ecke gekommen. Bodeneffekte, wahr? Das ist auch geil, dass ich das zweite Galvanik-Phantom erschießen will. Und dann liegt es da irgendwo im Buschen. Ich kann es nicht mehr sehen. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Scan abgeschlossen. Neue Ziele-Teilverdichter. So. Hat es mich tatsächlich verloren? So, wo ist denn hier der heile Bot? Heile Bot? Heile Bot? Hm, super. Wollen wir mal, braucht es da weg, oder was? Quick Save. So, jetzt gibt es hier noch ein Galvanik-Phantom. Also anscheinend kann man hier durchgucken durch diese Pflanze. Ich sehe zwar nichts, aber... Forschung abgeschlossen. Cool. Medizinoperator korrumpiert. Oh. Das ist mein Medizinoperator von eben gerade. Ja, ich habe halt Schleichen echt nicht gelevelt, ne? Ich würde auch gerne eigentlich zu dem Forschungsoperator hoch. Könnte mal, ich warte einfach, bis das Vieh hier um die Ecke kommt. Ich glaube, die harte Kante hier ist meine beste Wettepunkt. Aber die Tatsache, dass hier dieses Zeug hier ist, dieses was auch immer mit der Batterie interagierende Dingsbums, ist halt ein echtes Problem. Die Anmeldung zur Talentshow für Talentshow für Talentsmitarbeiter ist... Ich war nicht bereit, weitere Pistolenmilition zu verschließen. Äh, zu verschließen. äh, dann essen wir doch einfach mal das hier und dann gucken wir mal, wie weit wir uns da hochheilen Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Wo bist denn, du? Ach, da oben, diese verdammten Medizinoperator Wir haben auf die Ziere, oberflächliche Verletzungen Nichts, was ein Mediziner nicht heilen könnte Entspannen Sie sich, so Alles wieder gut Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht Ja, ja, der Patientenfragebogen Den habe ich immer im Hinterkopf So, was ist da hinten noch? Ein Medizinoperator kommt, oh komm, hier wird das mehr Noch andere schöne Überraschungen hier? Jenny King Wann ist denn hier so viel Elektro? Ich habe hier extra Zwei Türme repariert, irgendwie scheint es ja niemanden Zu stören, ach, da oben ist das Vieh Ich glaube, das Ich glaube, das ist mein erster Operator, oder? Habe ich schon mal Gegen korrumpierte Medizinoperator gekämpft? Ich glaube nicht Bams Oh, der hat sogar Hat die ja Medkits bei Keine Kuh schreien Öh Warum ist denn das Zeug hier gerade Über meinem Dings? Da, wo es mir eigentlich am wichtigsten ist Aber anscheinend die Geräte funktionieren noch Das ist erstmal das Das, 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 äh Das Wichtigste in der ganzen Geschichte So Wir haben einige Sachen übertragen Ja, ich trage leider ziemlich viel Sinnlosen Spaß mit mir rum, ne? Das heißt, diese komischen EMP-Ladungen tun für mich ja auch gar nichts Hier, irgendwie zusätzliche Flexiform-Dinger können weg Die Nullwellen-Transmitter habe ich halt auch noch irgendwie keinen Wert für gesehen Die komischen Köder, die tun auch gar nichts Der Rest ist irgendwie alles Essen, ne? Das ist ja Psy-Hinfo, ja, die nehmen auch unfassbar viel Platz weg Aber hey Wir haben wieder Material Okay, es ist sehr irritiert, durch dieses Zeug zu laufen Worum er es herkommt, vor allen Dingen Also die Station scheint davon jetzt mehr zu durchsetzen zu sein als vorher Ja, das ist Oh, fuck Muss ich jetzt damit rechnen, dass hier an jedem Ort jetzt so ein komisches Ding ins liegt? Das ist ein bisschen nervig Vor allen Dingen, weil es total nicht dieses Premium-Teil ausgehebelt wird Was ich zwischendurch gekriegt habe Am Anfang Dass ich halt immun gegen den Effekt für die Recycler-Ladung bin Das ist ein bisschen Spielbrechen, muss ich ja sagen Also zumindest für diesen Teil des Spiels Vor allem würde ich die gerne looten, die Recycler-Ladung, wenn das irgendwie möglich ist Weil ich will keine Schrot-Finder haben, ich will Schrot-Patronen haben, genau Also ich würde jetzt natürlich noch weitere Neuromods bauen, aber Ach, naja Die finden sich denn schon an, ne? So, zack So, haben wir Jut Dann könnten wir jetzt theoretisch einfach die Station verlassen, oder? Naja, ähm Alles halt beim nächsten Mal Bis dahin, ciao Bis dahin, ciao!